Hier sind 15 weniger bekannte Fakten über Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier leistete seinen Wehrdienst bei der Luftwaffe, wo er als Unteroffizier diente. Während seiner akademischen Laufbahn arbeitete Steinmeier am Lehrstuhl von Professor Werner Hoppe, einem renommierten Experten für Medienrecht. Steinmeier ist ein begeisterter Musikliebhaber, insbesondere von klassischer Musik und Jazz. Er spielt selbst gelegentlich Klavier. Bevor er in die aktive Politik ging, veröffentlichte Steinmeier ein Buch über Entwicklungspolitik, in dem er sich kritisch mit der internationalen Entwicklungszusammenarbeit auseinandersetzt. In den frühen 2000er Jahren prägte Steinmeier maßgeblich den Begriff der europäischen Verfassung und war ein starker Befürworter der europäischen Integration. Steinmeier zeigte sich als Meister des Krisenmanagements und war während seiner Zeit als Chef des Bundeskanzleramtes, 1999 bis 2005, maßgeblich am erfolgreichen Krisenmanagement der deutschen Regierung nach den Anschlägen vom 11. September 2001 beteiligt. In seiner Freizeit kocht Steinmeier leidenschaftlich gerne und hat eine Vorliebe für mediterrane Gerichte. Begeisterter Wanderer ist Steinmeier ebenfalls und er nutzt diese Freizeitbeschäftigung, um sich zu entspannen und über politische Fragen nachzudenken. Während seiner Amtszeit als Außenminister initiierte Steinmeier zahlreiche Projekte zur Förderung der deutschen Kultur im Ausland, darunter auch eine Ausstellung deutscher Kunst im Iran. 2010 spendete Steinmeier eine Niere an seine schwer erkrankte Ehefrau Elke Büdenbender und war bereit, seine politische Karriere für ihre Genesung zu pausieren. Obwohl er im Westen aufwuchs, hat Steinmeier durch berufliche Kontakte viele persönliche Verbindungen nach Ostdeutschland, insbesondere durch seine Tätigkeit in der Nachwendezeit. Steinmeier besitzt eine kleine, aber erlesene Sammlung zeitgenössischer Kunst, die er nur wenigen Freunden und Familienmitgliedern zeigt. Steinmeier sieht Willy Brandt als eine seiner größten politischen Inspirationen und hat ein signiertes Buch des ehemaligen Kanzlers in seiner persönlichen Bibliothek. Während seines Studiums knüpfte Steinmeier enge Freundschaften mit ausländischen Kommilitonen, die bis heute bestehen, insbesondere mit Studenten aus den USA und Großbritannien. Obwohl er Jurist ist, hat Steinmeier großes Interesse an den Naturwissenschaften und liest regelmäßig Fachliteratur zu Physik und Biologie. Vielen Dank fürs Zuschauen! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt uns in die Kommentare, welche Fakten euch überrascht haben oder welche ihr noch nicht kanntet. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. In der Videobeschreibung findet ihr übrigens noch spannende Links und zusätzliche Infos. Reinschauen lohnt sich! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!